Ja, liebe Jut und Freunde, was macht alle Bauern aus? Ich bin hier auf der landwirtschaftlichen Schule Rütti-Zollikofen. Hier hat die IG Mitterland Malz, das Salzgut, die Malzgerste gelagert. Und ich habe da jetzt 200 Kilo geladen von meinen Citroën. Jawohl, jetzt noch durchschliessen und nach Hause fahren. Das ist ja auch schon 20 vor 12. Ja, und da hinten sind die Stallungen der landwirtschaftlichen Schule.